Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, heute stellen wir euch den neuen Itemshop vor von 20.04.2019. Wir fangen auf der rechten Seite an. Wir haben heute einen neuen Skin, eine neue Picke und einen neuen Emote. Wir fangen an mit der Gaunerin. Rapscallion. Rapscallion finde ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Und kriegt von mir... 8 von 10. 6 von 10. Von mir 15. Dann haben wir die Bewertung und zwar... 4,725 bei 65 Worts. Wahnsinn, ja. 205 für Treminders. Sternenstab. Sternenstab. Ja. Was gibst du dem? Ich gebe dem 47. Jetzt hast du schon... 7 von 10. So, ich gebe dem nicht so viel, weil ich finde den nicht ganz so toll. Ich gebe dem 4 von 10. 4 von 10? Echt? Ich finde den eigentlich toll. Taktikoffizier... Oh Gott. Und Taktikoffizierin kriegt von mir... 4 von 10. 3,54 von 5 bei 13 Worts. Dann haben wir den Tagtraum. Wann war der denn das letzte Mal drin? Wann war der denn das letzte Mal drin? Ich gebe dem 6 von 10. 8 von 10. 4,5 von 5 bei 10 Worts. Am 14. Februar 2019. Das wurde nicht mal aktualisiert, dass der heute drin ist. Okay. Dann kommen wir zum Hyper. Schauen wir mal, dass er passt. Hab ich auch... Oh nein. Okay. Der Hyper... Der Hyper kriegt von mir... 5 von 10. Ey, was? 4 von 10. 4 von 10. 1 von 10. 4 von 10. 3,4 von 5 bei 5 Worts. 4 von 10. So. Dann fangen wir... Dann fangen wir erstmal bei Expertin. Ah, die Expertin mit ihrem Lama-Laptop da hinten drauf. So, Expertin kriegt von mir 6 von 10. Von mir kommt so 5 von 10. 4,39 von 5 bei 38 Worts. Wahnsinn. Wahnsinn. Hacke-Martik. Hacke-Martik finde ich nicht wirklich so prickelnd. Und Hacke-Martik kriegt von mir 5 von 10. Von mir 6 von 10. 3,5 bei 10 Worts. Oh. Ja. Dann haben wir das Papier, finde ich mega geil. Kriegt von mir 9 von 10. Von mir auch. 4,53 von 5 bei 19 Worts. Und damit warst du's. Dann sind wir da auch schon so weit durch. Nein, wir machen jetzt Häschen-Hüpfe erstmal da. Fortbewegung. Das war, du kannst damit laufen. Dreh den mal zur Seite so ein bisschen. Wie geht's denn? Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Ganz ehrlich. Häschen-Hüpf kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10? Ja. 8 von 10. Äh. Ups. Ähm. Gibt's denn da überhaupt schon ne Benotung drauf? Ja. Alter. 5 von 5. Bei einem Vote. Okay. Dann. So, dann sind wir noch bei der Stahlkarotte. Willst du alles die Stahlkarotte? Ja. Okay. So, die Stahl... Ist das heute die einzige Pickel, die da drin ist? Ja, mit Sternenstab. Hast du da. Äh, was machst du denn? Ja, weil wir vorher nicht auf das Werkzeugeffekt bezogen. So, Werkzeugeffekt. So. Äh, dreh die mal ein bisschen. Da ist der Halbäck. Was klickst du denn die ganze Zeit? Das ist ja bei... Die darf man die Maus nicht in die Hand geben, ey. Nein, bei... So. Also, da haben wir Stahlkarotte, ernten, um zu ernten. Sieht das cool aus. Teil des Finsterhases. Vor allem, ich weiß diesen Effekt da. Ich finde die auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also, gefällt mir ziemlich gut. Von mir geht die 8 von 10. Auch. Auch? Haben wir da schon ne Benotung? Nein. Ist noch keine Benotung da? Finsterhase. Und jetzt kommt der Finsterhase. Alter, das sieht ja aus wie aus... Irgend so einem... Horrorfilm. Zoom mal da ran. Holy shit. Alter. Toter Asinn. Alter Vater. Kannst du... Wenn du mal schnell drehst, fliegen dann die Öhrchen da weg von dem. Nein. Vor allem aus dem... Geh nochmal zurück, Alter. Guck mal, da siehst du auch, wie viele Kills der... Die Dings hat er extra hier durchgestrichen. Wie viele Leute er gekillt hat. Wie viele Kills hat er denn? Ach du Scheiße. Zeig mal den anderen Hasen da hinten auf dem Rücken. So. Oh mein Gott. Alter. Psycho-Hase. Okay, wie viele gibst du denen? Der Finsterhase... Ich find den trotzdem... Also ihr wisst, ich steh auf solchen crazy shit. Und von mir kriegt der Finsterhase zumindest mal 8 von 10. Von mir bekommt er 9 von 10. Und da gibt's aber keine Bänderwertung. Okay. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würd ich sagen, lasst ihn doch nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet uns das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Fortnite, bis dann auch rein und tschüss.